Ein Bäckchen und eine rote Nase, weil es so kalt ist. Cool. Börchen auch rot? Ja, ein bisschen. Das ist ja cool. Schöne Details. So, äh, Link. Wie war denn das jetzt? Hier? Nein, Link. Ich. Genau, Feuerpfeiler. Wing. Hätte ich mir mehr erwartet? Hä, das ist gar keine Truhe. Oh, bitte war das nicht umsonst. Was? Was? Für dieses scheiß Ding, für dieses kleine Mistding, was da jetzt noch am Boden ist, muss ich wirklich noch einen verschwenden. Ah, ein Krog. Oh, du hast aber dunkles Holz. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Ja, immerhin hat es sich gelohnt. Ja, habe ich davon nämlich nicht. Schon schade gewesen. Aber der kleine Fitze war ja irgendwie jetzt doch ein Witz. Äh, ach, jem. Ja, komm, ab, 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 ab. Was bin ich da drüben? Oh, da ist auch schon ein Schreien. Wenn ich doch in der Theorie runterklettern. Aber ich glaube, das soll ich ja noch nicht, weil ich brauche ja erstmal das Parasegel. Äh, gelohnt. Ich weiß ja auch noch nicht, wofür die Krogsamen sind. Und, please, no spoiler. Werde ich noch früh genug erfahren. Hin, im Berg hier. Da oben ist bestimmt auch was Cooles. So. Wer wirft denn hier was nach mir? Niemand scheinbar. BAM! BAM! Oh, der wirft einfach eine Kiste nach mir. Oh, der ist ja auch. Tag. Two of a kind. Tschüss. Woah! 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 Hätte man auch erwarten können, oder? Subiose Matsche. Es ist witzig, dieses Irgendwas, was ich da zusammengerührt habe, ist besser als diese Rösteichel. Der Link war jetzt auch nicht so glücklich, das zu essen, wie es mir scheint. So, Link geht's dir gut. Hätte man natürlich nicht so nah an dem anderen explosiven Ding machen sollen. Aber das wäre jetzt auch klug gewesen, ne? Dann sehen Sie unsere Waffentasche aus. Ja, die ist ein bisschen dünn, dann nehmen wir mal den Boxstock mit. Von wegen, meine Waffentasche ist nämlich voll. Hä? Waren das Steine, oder? Wie seid ihr metallische Steine? Hm. Oh, ist es schon wieder Nacht? Zack! So, tschüss! Na, 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 na. Nein! Komm hier! Da, 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 da! Stamm! Ja, da, 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 da Ich glaube, die haben das wirklich hier runtergerollt. Natürlich ganz schön. Was habe ich denn noch in meiner Waffentasche? Warum habe ich denn noch eine Fackel? Ich habe doch schon eine. Äh. Los, Link! Auf! So, auf zum Berg! Und auf zum letzten Schrein, dann kriegen wir endlich das geile Parasegel. Oh! Hey, so dass das Wasser... Oh! Wie dieses Eiswasser. Holzkiste, oder? Gut, ich vermute mal, da kriegen wir jetzt irgendwas, um die Kiste dazu rauszuholen. Oh, Mies, okay, schreien! Mies, okay! iPad aktiviert. Schwing! Leucht! Schwing! Schwing! So, Rinder! Einmal bitte runter. Aber da drin ist es etwas wärmer. Scheinbar. Ja, mit dem Moor, das weiß ich schon. Obwohl ich noch kein Moor gesehen habe. Brennbare Dinge. So langsam kenne ich die ganzen Ladescreen-Tipps, das ist sehr gut. Okay, hier scheint es wärmer zu sein, Link ist nicht mehr so. Willkommen Pilger, mein Name ist Tumi's okay. Im Namen der Göttin hier soll zu geprüft werden. Säulen aus Eis. Ah, okay, ich kann ein Eis machen. Passt natürlich auch sehr zum Gebiet. Ja, Eisgebiet. Säulen aus Eis. Schwing! Schwinger Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. Bitte nicht so wieder abtropfen. Don't do it! Don't do it! Bläh! Wieder auf mein iPad gespuckt. Ah, da fehlt aber noch ein. Kryo-Modul lässt Eis-Säulen aus Wasser entstehen. Das Eis... Die Eis-Säulen sind sehr hart, schmelzen nicht. Ja, als Plattform oder Hindernisse. Bestehende Eis-Säulen kannst du anvisieren und zerstören. Noi-Säulen ist gleich ausgewählt. Ja, es ist gleich ausgewählt. Das war, glaube ich, zu weit weg. Ah, da kann ich auch hochklettern. Sehr gut. Hihi-Hi. Ist das Ding? Nein, das Ding. Bewunder deinen Enthusiasmus. Aber eigentlich wollte ich gucken, ob du sie schieben kannst. Ich denke mal nicht. Ach. Ha! So. Okay. Ah. Rücken! Gut. Kann man also auch unter Ding machen. Oh. Dün, dünn. Ah, so kann man es auch wieder abbauen. Oho. Bam, 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 bam. Und eine antige Feder. Da. Ah, hier ist das Geheimnis. Na, 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 na. Sollst du nicht auf die Eissäule einschlagen, Link. Sollst du sie erklimmen. Sehen. Boring! Boring. Reiselandse. Hiermit halten sich reisende Wölfe vom Leib gut gewichtet und leicht zu verwenden. da wirst kein platz in der ist auch nicht ob ich die unbedingt brauche wohl besser als die bock lanza auf jeden fall abend hier bin ich gekommen das scheint eine wippe zu sein da werde ich dann wahrscheinlich wie sie puzzle master 60 okay auch egal gewesen auf welcher seite wir das machen was das schon ein paar geheime kiste haben auch gefunden also haben alles du hast meine prüfung gemeistert ohne zweifel bist du der auserwählte hält im namen der göttin hial verleihe ich dir ein zeichen der bewährung durch vier stück haben wir jetzt schon hiermit ist mein dienst erfüllt möge die göttin hier die bei stück und rausgeportet läuft würde ich sagen läuft und deutlich stabil zu sein Was? Du kommst sogar hier ins Frostgebiet? Tutorial-Opa. Oh, oh, oh. Nun hast du alle Schreien auf dem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Innenhalle. Oh, 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 oh. Es ist soweit. Hast du einen ernsten Gesichtsausdruck? Link. Du kennst meinen Namen? Es ist die Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. So, jetzt hast du die Chance. Vielleicht hast du ja im Endeffekt wirklich recht gehabt. Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Denn ich kann das dir nicht hier erklären, weil es kalt ist. Oh, mein Gott, was macht der? Hast du verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen? So hat er sich also geportet. Er hat einfach eine eigene Teleportationsfähigkeit. Möchte ich jetzt noch im Eisgebiet weiter erforschen? Was haben wir hier noch alles? Nee, karte. Ja, bis zum Hialberg ist da noch ein bisschen was. Vielleicht ist er noch irgendwo. Na komm. Ich nehme mal den schnellen Weg. Rutsch, rutsch, rutsch. Oh, ui, ui, ah. Okay, ich glaube, die rollen hier immer runter. Tach. Oh nein, ist schon wieder Nacht. Ich will gar nicht mit euch kämpfen. Lasst mich mal in Ruhe, bitte. So. Aber auf dem Berg ist bestimmt auch noch irgendwas cooles. Hoch, hoch, hoch. Ach, Ding. Warte, Knopf. Ah, Mist. Die Truhe. Die Truhe. Was wir hier wohl machen müssen. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir ein Feuer anziehen. Oh, guck mal, Spuren im Schnee. Oder wir müssen den hier ablegen. Dün, dün, dün. Ui, du hast mich entdeckt. Hektes Samen von mir. Das ist ganz schön ekelhaft, Mann. Tschüssi. Deinen Samen kannst du bitte behalten. Genau, ich gebe es hoch auf den Berg. Und dann kann ich mich von dort aus teleportieren. Und dann gucken wir mal, wo sich die Dinger da kreuzen. Vielleicht ist hier noch was. Ringling, spring. Ring wie du noch nie. Nee, ist nichts. Klipp. Du kannst hier hochklettern, Ding. Oh, äh, ohne Ausdauer soll ich es erst gar nicht versuchen. Was? Jemand hat einen Clip gemacht. Nein. Welche Peinlichkeit habt ihr für alle Eonen festgehalten? Oh, äh, warte. Nicht schießen. Bin unbewaffnet. Au. Zack. So. Du kommst mal schön her, mein Freund. So. Ah. Du weißt schon, was dir blüht. Richtig. Genau. Nein. vielleicht ist er das Ruin. Ich guck dich raus. Dann bin ich zu, was ich hier. Okay?